Halli-Hallöchen und Willkommen zurück bei TheDrivers Von der Insel, für die Insel, von der Insel, an die Insel und was weiß ich alles Ja, Musik setzt noch gerade gar nicht ein, ich weiß noch nicht warum, aber es kommt bestimmt gleich Wenn ich jetzt sage, es kommt mir gleich, dann kriege ich es falsch, ne? Ah, da ist die Musik Ja, schön Musik Musik Musik, so Musik da, lalala und voller So, Zeit Alter, da geht es direkt hier los, volle Lotte Ich mach mal eben ganz kurz einmal hier, äh, die Desktop-Musik so ein bisschen auf Mittel, damit das nicht direkt so reinknallt bei euch Okay Dann knallt es bei euch nicht so rein, volle, volle Möhre Das ist dann vielleicht ein wenig weser So, hier haben wir Leute, die können abgeholt werden Ich kann da gerade nichts machen Auch nicht schlimm Ich höre noch noch Ja, ganz ruhig Ja, Aurora, die früher Morgenröte hieß, ganz ruhig Ich hab dich, und so ruhig Das ist dann auch mal wieder, wenn ihr euch gut geht, ich gehe, wenn ihr euch gut ist. So, Moment, Moment. Da müssen wir auch noch... Ich will... Ich will... Hier. Alter, guck mal, wie viele Pilze... Ich hab... Vor drei Tagen erst... Gespielt Aber es hat sich wieder so einiges Ne Zusammengefangen Oder wie man das sagen soll So Hier auch weg Vor allem hier und da Und da auch und da Und muss ja alles Ne mit Ordnung hier Recht und Ordnung muss man haben hier Recht und Ordnung Oder so ähnlich Ja So, kann ich den Mikro ein bisschen näher holen Muss ich immer so Mein Kopf nach oben beugen Nach oben beugen Kennt man Die Knie beugen, den Kopf nach oben beugen War jetzt nicht lustig schon Weiß Die Knie Die Knie So Lass mal gucken hier Ob der la 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 Auch so ist So, dann können wir den... Aurora. Tschüss. So, die hier müssen ein bisschen was tun. Da will ich nicht spuren, die müssen was tun. Äh, naja. So gut war es jetzt nicht. Entschuldigung. So, ähm. Hier müssen wir auch wieder B auftragen. B auftragen. La, 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 la. So, zack. Food! Gib food! Du kriegst mein Food nicht. Du kriegst höchstens meine Füße. Vorher meine Füße. Food, ey. Gib nix Food. Alles foodig. Alles foodig-foodig. La, 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 la. Tü-tü-tü. So, hab ich eigentlich genug Korallen jetzt zusammen? Ich weiß es gar nicht. Moment. Immer noch nicht. Alter. Alter. Das gibt's ja gar nicht. Aber haben wir denn... Ja, ja, ja. Eie. Oh, das reicht noch nicht. Ey, das gibt's einfach nicht. Das gibt's einfach gar nicht. Ich bin am Ende. So, ich brauche keine Schrauben. Ja, da haben wir natürlich nicht genug für. Das war doch klar. Du, 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 du. Klopp. Du, du. Ah ja, Schrauben haben wir hier. Das ist doch gut. Ähm, ja. Das war's dann leider auch schon wieder, Mann, ey. Wie bitter. Wie bitter eigentlich. Äh. Somit kriege ich nie, äh. Alter, wie soll ich denn das machen? So, jetzt können wir hier noch so einige, ne? Wumm ich ein bisschen, gerade. Versorge einen Korb und setz ein Tier, Junges, hinein. Kann ich nur nicht. Ne, kann ich nur nicht. Aber das ist ein Biba, Junges. Kann ich auch nicht. Da fehlt mir noch ein bisschen was für. So. Hier können wir nochmal verbessern, Runde. Kostet zwar ein bisschen, aber drauf geschisselt. Ja. Ohohohoho. Äh. So. Zwölf Stunden da. Zwölf Stunden da. Sechs Stunden da. So. Hier gehen wir nämlich direkt ein. Weiter. Zum Marmofjord. Mein Gott. Ich glaube, der hat schon wieder nicht genug. Futter hier. Futter bei der Mutter. Futter. Lalalala. So. Zack, zack, zack. Gar nicht knapp. Machen wir zack, zack. Oder so ähnlich. Tü, 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 tü. Tü, tü, tü. Tü, 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 tü. So. Und dann haben wir natürlich die Höhle noch, die wollen wir auch noch machen. Tü, 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 tü. So, hier noch ein bisschen. Was, ähm, fehlt denn für das Häuptlingshaus? Was fehlt uns denn hier? Essen. Vor allen Dingen essen. Okay. Hm. Nein, dafür brauchen wir keine Weltkarte. Ah, Sand. Okay. Hm. Das war jetzt vielleicht ein bisschen doof. Ich hab ja nicht aufgepasst. Hätten wir vielleicht ein bisschen, äh, ein Fressi-Fressi machen sollen. Ja. Aber okay. Kriegen wir auch wieder hin. Zack. Zack. So, der soll mal hier großteilig, äh, ne, gucken, dass hier mal, ne, Zeus an die Sonne kommt. Zeus an die Sonne. So, ne, so, den können wir auch zwölf Stunden, jetzt, haben wir wieder nix, okay. Dann geht er eben, ne, für eine Stunde ein, ein Bechern, ein Picheln, das ist auch immer ganz schön. Kann man ja machen. So, was haben wir denn hier? Äh, ich werde wieder bestürzt. Tü, tü. Tü, tü. Tü, tü. Tü, tü. La-la-la-la... Wir wissen nicht, was man mit dem zu tun hat. Wir wissen nicht, was man mit dem zu tun hat. Wir wissen nicht, was man mit dem zu tun hat. Wir wissen nicht, was man mit dem zu tun hat. Wir wissen nicht, was man mit dem zu tun hat. Wir wissen nicht, was man mit dem zu tun hat. Wir wissen nicht, was man mit dem zu tun hat. Wir wissen nicht, was man mit dem zu tun hat. Wir wissen nicht, was wir tun hat. Wir wissen nicht, was man mit dem zu tun hat. Wir wissen, was man mit dem zu tun hat. Wir wissen nicht, was man mit dem zu tun hat. Wir wissen nicht, was man mit dem zu tun hat. Wir wissen nicht, was man mit dem zu tun hat. Wir wissen nicht, was man mit dem zu tun hat. Wir wissen nicht, was man mit dem zu tun hat. Wir wissen nicht, was man mit dem zu tun hat. So und wie versprochen ich wollte Ich wollte mal wieder einen Wettbewerb mitmachen Und dann finde ich gerade den Dino Schneemann Hier Nachbarn einladen Hier alle Alle werden sie eingeladen Alle Kenn ich nix So Einladung versendet So und wir starten Wir starten los Natürlich wird es immer klein Ich weiß es auch nicht warum Was kriegen wir denn hier Schneeflocken schon So der Eimer ist natürlich Der Eimer ist natürlich umwerfend gut Aber davon werden wir nicht viele haben Das sag ich jetzt schon mal Im Voraus Wir werden nicht viele Eimer haben So das war es nämlich dann schon wieder mit unseren Eimern Ich weiß nicht mehr was war besser Ich guck mal eben Eimer 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 haben wir nicht mehr Vier Drei Das heißt wir halten uns erst mal an diesen Sachen hier Er ist schon am Klöppeln Ist ja schon der Klöppelmeister Alter Wurde ich nicht taub werde Ah ich bin ja schon taub Und dabei habe ich echt die Lautstärke schon minimiert Aber auch nur in der Aufnahme Das heißt bei mir kommt sie noch unge Alter Ungefiltert hier an Ah Ja 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 So Nächste Schneeflocke Ich bin froh dass es auch diese Kisten mittlerweile gibt Das ist eine echt gute Idee gewesen Hör rüber die hatte So So Mal schauen mal schauen mal schauen Bisschen Kohle Wenn wir ein bisschen Kohle machen würden Mit Noch ein Norans Yes Es fehlt noch ein bisschen Ist ein bisschen traurig Ist ein bisschen traurig Einmal können wir noch Und das war es jetzt Das ist es jetzt gewesen Jetzt können wir nichts mehr machen Auf 72 haben wir es hochgeschabiert So Ist aber schön Ist aber schön So Jetzt würde ich mal ein paar Leute gerne besuchen hier Was habt ihr denn? Korallen Ich brauche Korallen Zack Würde direkt wieder klein Aber egal Hier Freischalten Blume Toll Na gut Blumen braucht man auch Ich brauche so viel Korallen Äh Korallen Korallen noch Alter Sprich Sprich Deutsch Korallen Brauche ich So Ja Dringend Ohne euch Ist es nicht so schön Ohne euch Korallen La 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 Ich brauche euch Die haben alle schon so schöne Sachen Ich weiß noch nicht wofür ich das Glas oder Eis brauche Glas ist es glaube ich Aber ich gehe einfach nochmal hin Und Glas ist es genau Und sammeln es direkt lieber ein Äh ein Dann haben wir es nämlich schon mal So So wir müssten die Karte noch ein bisschen hier ne So dem fehlt noch ein Sand ein bisschen So und uns fehlt da echt mega viel Das machen wir jetzt mal auf ganz hoch Und da schicken wir uns auch nochmal So So Schluss wie lustig So ein bisschen Futter Könnten wir hier hinten auch gebrauchen So zack ist nicht viel aber ein bisschen Ein bisschen Futter Für die Mutter Muss ich auch mal drin sein So und dann würde ich gerne noch den Feuerwerk demnächst machen Dino Die verbleibend Weißt du was Ne 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 komm Das machen wir Vielleicht Vielleicht machen wir in der nächsten Folge einfach mal Generell Dann spiele ich einfach schon mal Alter ein bisschen vor Und dann machen wir einfach Nur ne reine Nur ne reine Ähm Wettbewerbsfolge Dann machen wir einfach ne reine Wettbewerbsfolge Alter Gib mir den Piss So Ähm So Gewinne Einen Dino Schneemann Bauwettbewerb Würde ich gerne machen Würde ich gerne machen Bauen Ja Hab ich aber schon So Kaufe Land südlich Ja Würde ich kaufen Aber Oh Dafür fehlen mir nur 5 Mitarbeiter Das wusste ich jetzt nicht Kaufe ein Gebiet Kaufen Da fehlt mir Kohle und 5 Leute Das ist Was kann ich denn hier Was hab ich denn davon Wenn ich das hier hinten kaufe Gar nichts Womöglich nicht Weil die hätten wir fast schon alles gekauft Da fehlt mir Geld und naja Ihr wisst schon Das reguläre was einem immer fehlt Gut Freunde Vielen lieben Dank Dass ihr dabei wart Schön Dass ihr immer noch gerne Dieses Let's Play guckt Hier von diesem kleinen kostenlosen Spiel Wie gesagt man muss da nicht immer mitmachen Ich hab noch 61 Juwelen Ich hab ein bisschen was ausgegeben gehabt Aber What the fuck Egal Auf jeden Fall Vielen lieben Dank Und Tschüssi Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal.